Musik Hallo, da bist du ja wieder. Bevor du einen Tag mit Caillou beginnst, wähle dein Spielerprofil oder erstelle ein neues. Toll, jetzt kannst du den Tag mit Caillou verbringen. Du kannst ihm Frühstück machen, ihm in der Schule helfen, im Park spielen, Pizza machen und viele andere Sachen. Wo möchtest du anfangen? Nach einem langen Tag ist Caillou wieder zu Hause. Aber es gibt noch viel zu tun. Mit was willst du anfangen? Zeit für ein Bad. Caillou ist im Bad sehr schmutzig geworden. Denkst du, du kannst ihn wieder fliegen und sauber bekommen? Zuerst musst du ihn einseifen. Aber sei vorsichtig mit den Seifenblasen, die herausgeflogen kommen. Benutze den Schwamm, um ihn sauber zu schruppen. Perfekt! Jetzt, wo er sauber aussieht, spiel die Scheife von ihm ab. Es ist kalt. Nimm das Handtuch und hilf Caillou, sich abzutrocknen. Klasse! Jetzt musst du ihm nur noch seinen Schlafanzug anziehen. Gut gemacht! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Caillou muss die Körperteile lernen. Hilf ihm, indem du das Teil drückst, das dir gesagt wird. Hand Augenbrauen Fußgelenk Versuch noch mal Stirn Ohren Widerkwunsch! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Kaillou Was ist mit deinem Zimmer passiert? Ich glaube, wir können dir helfen, jedes dieser Dinge dahin zu stellen, wo es hingehört. Gut gemacht! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Caillou liebt Pizza, aber vor allem liebt er es, sie mit dir und seiner Mama zuzubereiten. Willst du die beste Pizza machen? Zuerst musst du den Teig für die Pizza zubereiten, indem du etwas Wasser, Mehl, Hefe und eine Prise Salz zusammengibst. Sehr gut! Sehr gut! Jetzt musst du den Teig kneten, indem du alles mit einem Löffel vermischst. Sehr gut! Perfekt! Jetzt mach den Teig flach mit der Teigrolle. Das machst du sehr gut! Wow! Jetzt kannst du die Tomaten auf dem Teig verteilen. Gut gemacht! Jetzt kannst du deine Lieblingszutaten auf die Pizza legen. Fertig! Jetzt hilf Caillous Mama, die Pizza in den Ofen zu tun und mach ihn an. Mh, du hast eine perfekte Pizza. Komm, wir essen sie. Wunderbar! Du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Du weißt schon, dass Caillou Tiere... Du weißt. Du weißt, der回來的 Ein車-B savingst welches? Du weißt, dasselbe Es compelling. Du weißt, der was lege найge? Ferainwasting, die rocket in den Ofen, dasselbezühe. Wir wissen, dasselbezühe. Du weißt, bzw. du weißt, dasselbezüheat. Du weißt, wenn dir was, den weißt. Du weißt, dasselbezüheatet bis еlektiert. Wir wissen, dasselbezüheat räumen. Wie viel Sparteila und Tadsenatuben universities! Du weißt, dasselbezüheatet bis es da Work. Du weißt, dasselbezüheatet berufeiert und gut fossem, Wunderbar, du hast ein weiteres Puzzle gewonnen. Caillou ist sehr müde. Nach einem langen Tag muss Caillou früh schlafen gehen, um sich auszuruhen. Hilf ihm einzuschlafen, indem du die Schafe springen lässt, bis er schläft. Untertitelung des ZDF, 2020 Psst, süße Träume, Caillou. Wunderbar, du hast ein weiteres Puzzle gewonnen.